Hallo und herzlich willkommen bei den 20. Türchen von Road to Weihnachten. Es tut mir leid, dass die Folge alle ein bisschen später kommen. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Türchen pünktlich schaffe. Ja, weiß nicht, ob ich das pünktlich schaffe, aber ich versuche es pünktlich zu schaffen. Und jetzt hat es nichts, was mit Handen zu tun hat. Okay, das ist schon mal nicht. Eisen. Ein bisschen Klopapier. Okay. Ich könnte mir jetzt ein Eisen, schon, Eisenbrüspanzler, Eisenbrüsplatte. So, wir gucken auch noch auf die Geheimtron, weil ich weiß nicht, aber. Oh, hängt da eine Bäumische. Gucken. Crafter, ein Schwert, habe ich doch. Oh, was für ein Schwert, wenn ja. Ein Crafter, ein Schwert, einfach nur, was für ein Schwert. Puh, juckt mich, okay. Ich habe ein Schwert gecraftet. Craft ein Schwert. Nehmen wir einfach alles mit hier. Ich fände auch mal, warum ich ein Schwert machen soll, oder weiß ich da nicht. Gucken wir jetzt nochmal hier nochmal rein. Weil wir ruhig haben ja den. Also der ist da drüben. Okay, Eisen. Wir sehen uns noch einen kurzen Cut wieder. So nah bin ich wieder. Das Problem war, bei der, wie soll ich das sagen? Ja, bei der Redstone Clock hat irgendwas gefehlt. Das ist der Stein gewesen. So, Türchen 20. Mob Canyon. In diesem Canyon musst du eine Anzahl von Mobs, von Monstern killen. Es sind alle möglichen Arten von Monstern vergeben. One Breaking. OK, jetzt geht's los. Augen gut Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020